Hallo und willkommen bei meiner Mini-Review zum Medium P400W Stilstaubsauger, der offensichtlich auch sehr gut als Handstaubsauger verwendet werden kann. Ich bin Holger vom YouTube-Channel MacManiacs, vielleicht habt ihr da schon meine Videos gesehen. Und deswegen legen wir hier auch gleich mal los mit dem Lieferumfang, der ist sehr sehr umfangreich beim P400W. Wir haben die Standarddüsen, wir haben dann auch noch eine Mini-Polsterdüse, die angetrieben ist mit einem Motor mit dabei. Und natürlich die große Turbobürste mit wechselbaren Walzen, hier für Tierhaare, in meinem Fall mit drei Katzen und einem Hund essentiell. Eine Fluffy-Bürste gibt es auch noch für Parkettböden, die man verwenden kann. Hier vorne habt ihr LEDs, die den Boden beleuchten. Unglaublich praktisch in der Praxis. Und ihr könnt dann diese Turbobürste hier auch magnetisch einen Wassertank mit Mikrofaser-Pad anklipsen. Zwei Pads sind auch mit dabei. Dann könnt ihr auch gleich in einem Rutsch saugen und wischen. Die Bedienung natürlich gibt auch kein Rätsel auf. Wir haben hier hinten die HEPA-Filter. Es gibt da auch noch einen Filter drin. Zwei Stück von jeder Gattung sind mit dabei, sind auswaschbar. Ihr könnt dann den Behälter abnehmen und reinigen. Ihr könnt hier den Staubsauger ausleeren, sehr hygienisch über dem Mistkübel. Und natürlich hier die übliche Taste zum Starten und Stoppen des Saugvergangs. Ein Novum ist natürlich das Touchscreen-Display hier, bei dem ihr in Prozentschritten angezeigt bekommt, wie viel Strom noch im Akku ist. Außerdem könnt ihr die Saugstärke in drei Stufen regeln. Eine davon ist zum Beispiel auch automatisch mit einem Staubsensor gesteuert, was auch sehr praktisch in der Praxis ist. Persönlich hat es mir besonders die Aufstellstation, die ebenfalls mitgeliefert wird, angetan. Denn so ist der Staubsauger immer wunderbar mit montiertem Saugrohr und Turbobürste bereit, aufgeladen und schön übersichtlich und ordentlich aufgeräumt in den Raum gestellt. Sehr, sehr praktisch. Und damit kommen wir auch schon zum Fazit. Kann ich euch das Gerät empfehlen? Ja, es hat einen unglaublich umfangreichen Lieferumfang. Wir haben viele Düsen dabei, wir haben eine sehr leistungsstarke Turbobürste dabei. Das Gerät ist gewappnet für Haustiere, für sehr viel Staub, Katzenstreu, Hunde und Katzenhaare. Alles wunderbar. An dieser Stelle also zwei Daumen hoch von mir für den Medion P400W.